So, liebe Geschwister, dann wollen wir mal unsere Bibel aufschlagen, Gottes Wort in 3. Mose. Wer keine Bibel da hat, der kann sich auch eine, glaube ich, geben lassen, Dirk. Du kannst mal eine austeilen. Gut. Nee, nee, alles gut. So, und zwar sind wir im dritten Buch Mose, Kapitel 5. Wir haben Kapitel 4, letztes Mal gelesen, bis Vers 21. Und wir springen jetzt einfach mal, ich habe das schon angedeutet, was in den Versen danach kommt. Und es ist tatsächlich so, diese Abstufung des Sündopfers. Und zuerst wird uns gesagt, was passiert, wenn ein Priester sich versündigt? Was für ein Opfer er darbringen muss? Und es geht hier nicht um die Sünde schlechthin. Das ist mit dem Brandopfer ganz am Anfang im Kapitel 1 eigentlich schon erledigt. Das Brandopfer symbolisiert das ganze Opfer, was zur Sündung der Sündhaftigkeit sozusagen steht, wenn man so will. Hier in Kapitel 4 geht es um einzelne Vergehen, Zielverfehlungen. Das Wort Sünde bedeutet Zielverfehlung. Und es geht hier darum, dass ich einen Tag von Gott geschenkt bekommen habe. Heute ist ein Tag, den Gott mir geschenkt hat. Er hat mich als sein Kind angenommen durch Jesus Christus, das ganze Brandopfer, was dargebracht wurde, das Schlachtopfer. Er wurde geschlachtet am Kreuz von Golgatha, um meine Sünde zu sühnen. Und das bedeutet, dass ich nicht mehr unter dem Fluch stehe, sondern gesegnet bin. Dass nicht mehr das Todesurteil über meinem Leben schwebt, das Verdammungsurteil, sondern dass mir Leben zugesprochen ist. Christus, der das Leben ist, der heilige, gerechte, sündlose Sohn Gottes, das fehlerlose Opfertier. Er hat sich selbst dargebracht als Opfer, um mich auszulösen. Das ist das Brandopfer in Kapitel 1 und jetzt sind wir in Kapitel 4 gewesen, wo es um das Sündopfer ging, wo es um einzelne Verfehlungen geht. Ja, Gottes Ja über meinem Leben steht. Christus sagt Ja zu mir, ich bin sein. Aber jetzt hat er mir einen Weg aufgezeigt und gesagt, komm, folge mir nach heute, geh mit mir. Und dann hat jeder Tag seiner Übel genug. Wir müssen nicht unser ganzes Leben vor Augen haben. Ja, mein ganzes Leben. Nein, es geht eigentlich erst mal nur um diesen Tag, um das Heute. Heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet euer Herz nicht. Lass dich leiten von Gott jeden Tag. Er will dich führen in die Werke, die er vorbereitet hat. Wisst ihr, für uns ist es manchmal so heftig zu überlegen, boah, mein ganzes Leben, was jetzt noch vor mir liegt, soll ich Gott wohlgefällig leben? Das ist mir viel zu viel, das kann ich gar nicht. Das geht doch gar nicht. Weißt du, es geht erst mal nur um diesen einen Tag. Um mehr geht es erst mal nicht. Und an diesem Tag hat Gott Ziele für dich gesetzt. In dieser Stunde hat Gott Ziele für dich gesetzt. Zu denen er dich führen will, durch seinen Geist. Zu denen er dich befähigen will, durch seinen Geist. Dass du Dinge tust, die Gott möchte, dass du sie tust. Und dass du Dinge lässt, von denen Gott möchte, dass du sie lässt. Und das ist das Ziel, was du gerade hast. Und wenn du dann dieses Ziel verfehlst, vielleicht nur haarscharf. Dann hast du dich versündigt. Dann hast du das Ziel nicht erreicht. Das Ziel verfehlt. Was bedeutet das dann? Es bedeutet nicht, dass wir dann in Ewigkeit verdammt sind. Gott hat nicht gesagt, wenn du jetzt das Ziel verfehlst, Volk Israel, in einem der Dinge, die ich dir geboten habe, dann war es das. Feierabend. Sondern er hat gesagt, wenn das geschieht, dann komm zum Heiligtum, dann komm zu mir. Wisst ihr, das ist so wichtig, diese Bewegung zu Gott hin. Weil was hat Adam gemacht, als er sich versündigt hat? Als er das Ziel verfehlt hat? Als er übertreten hat? Was hat er getan? Er hat sich versteckt. Er ist vor Gott weggelaufen. Stattdessen sagt Gott, komm zu mir. Aber komm nicht einfach so, wie du bist. Sondern bring etwas mit. Ein Opfer. Bring ein Opfer da. Dass Blut vergossen wird. Von einem fehlerlosen Opfer. Und das ist prophetisch eine vorausgehende Erinnerung daran, dass der eine kommen wird, der sein Blut vergießen wird, zur Vergebung aller unserer Sünder. Und wie es in 1. Johannes 1 dann heißt, wenn wir im Licht wandeln, so wie er im Licht ist, das ist die Bedeutung davon. Wir kommen zum Licht. Aus unserer Verfehlung heraus, aus unserer Übertretung heraus, kommen wir ins Licht, in die Gegenwart Gottes. Und da ist Licht. Und das Licht leuchtet hinein und zeigt die Dinge auf, die nicht richtig sind. Sie zeigt die Dinge auf, wo wir uns verunreinigt haben, wo wir uns verdreckt haben, wo wir das Ziel verfehlt haben. Es wird sichtbar. Und das ist so peinlich. Aber wenn wir diesen Schmerz nicht zulassen, wenn wir diesen Schritt nicht gehen, werden wir die Reinigung nicht erleben. Wenn wir im Dunkeln bleiben und das Gesicht wahren und den Schmerz für unseren Ego, für unseren Stolz aus dem Weg gehen, dann werden wir die Reinigung nicht erfahren. Wir bleiben im Dunkeln. Wir sagen zwar, ja, ich und Gott, wir sind gut unterwegs. Aber es ist eine Lüge. Wir haben keine Gemeinschaft mit Gott. Wenn wir ins Licht kommen, dann werden diese Dinge offenbar. Aber Johannes gibt uns eine wunderbare Verheißung. Im ersten Johannesbrief, Kapitel 1 sagt er, wenn wir im Licht wandeln, wie er im Licht ist, dann haben wir Koinonia, dann haben wir Gemeinschaft miteinander. Gemeinschaft mit Gott und Gemeinschaft miteinander. Und dann wirkt dieses Blut Jesu, was vergossen wurde, dann reinigt uns das Blut Jesu von jeder Sünde. Und so ist es hier auch prophetisch vorausgeschaut im Opferdienst, in der Stiftshütte. Die Israeliten sollen kommen, wenn sie sich versündigt haben, wenn sie das Ziel verfehlt haben. Und zwar zuallererst und vor allen Dingen der Priester. Nicht der letzte Abschaum des Volkes wird genannt. Nicht der größte Schwerverbrecher des Volkes wird als erstes genannt. Sondern der, der der Heiligste sein sollte. Der, der das Vorbild sein soll. Er soll darin vorangehen, sich reinigen zu lassen, seine Sünde zu bekennen im Opferritus, im Sündopfer. Und für ihn muss das größte Opfer dargebracht werden. Nicht aufgrund der Verfehlung, das Sündopfer sozusagen, wie groß das Opfer sein muss, das dargebracht werden muss, wird nicht gemessen daran, wie schwer sich derjenige hier versündigt hat, sondern wie groß, wie hoch seine Stellung vor Gott ist. Der heilige Priester, er muss das größte Opfer darbringen für seine Sünde. Auch wenn es nur eine ganz kleine gewesen ist. Eine ganz hauchzarte Zielverfehlung. Er muss das größte Opfer bringen. Und wir haben letztes Mal gesehen, die Bibel sagt uns ganz klar, du und ich, wir alle sind Priester durch Christus. Für uns gilt der höchste Standard. Das wollen wir nicht so gerne hören. Aber für uns gelten auch die höchsten Verheißungen, Geschwister. Und das Wunderbare, es ist ja Gnade für den Priester da. Es ist ja ein Opfer da für den Priester. Das Opfer kann gebracht werden. Das Opfer wird gebracht, indem, wie wir das kennen, auch von den anderen Tieropfern, und der Priester legt seine Hand auf den Kopf dieses fehlerlosen Opfers und überträgt damit seine Zielverfehlung auf dieses fehlerlose Opfertier und dann nimmt er das Messer in die Hand und muss selber dieses Tier töten. Als Ausdruck und als Gewissheit darin, ja, Sünde tötet. Sünde richtet den Tod an. Das ist das, was meine Sünde tut. Sie zerstört das Leben, das Gott gegeben hat. Und das Blut wird vergossen. Das Blut fließt herab. Und das Blut wird aufgefangen und an den Altar gesprengt. Und wir haben das alles betrachtet. Wir wollen das jetzt nicht alles im Einzelnen durchgehen. Wir sehen aber eben diese Abfolge. Erst geht es um den Priester, dann geht es um eine Sünde des ganzen Volkes, wo die Ältesten als Repräsentanten in das Zelt Gottes kommen. Dann haben wir einen Fürsten im Volk, dann haben wir den Einzelnen, der entweder eine Ziege oder ein Schaf darbringen kann. Jetzt geht es in Kapitel 5 weiter und hier werden einige konkrete Versündigungen, Zielverfehlungen genannt. Wenn jemand sündigt, dass er die Stimme der Verfluchung hört und er war Zeuge, sei es, dass er es gesehen oder gekannt hat, wenn er es nicht meldet, dann soll er seine Schuld tragen. Hier wird angespielt auf eine bestimmte Art von Zielverfehlung, die wir gerne so links liegen lassen, die wir gerne runterfallen lassen, wo wir sagen, ach, das ist doch nicht so schlimm, das ist doch kein Ding, das ist doch kein Problem. Noch nicht mal eine Notlüge ist das hier, Thomas, sondern es ist einfach nicht die Wahrheit zu sagen. Die Wahrheit verschweigen ist ja noch keine Lüge. Doch, es kann sehr wohl eine Lüge sein. In diesem Zusammenhang ist es eine Versündigung, ist eine Zielverfehlung, wenn hier jemand die Wahrheit, die er gesehen hat, das, was er gesehen, was er mitbekommen hat, das Zeugnis, was er hat, wenn er das nicht sagt, es ist Zielverfehlung. Gott ist es sehr wichtig, dass in seinem Volk eine Herzenshaltung da ist, dass man wahrhaftiger Zeuge ist. Deswegen heißt dieses Gebot, du sollst nicht lügen, wortwörtlich, du sollst nicht ein falsches Zeugnis geben gegen deinen Nächsten. Es geht vor allen Dingen um die Situation vor Gericht. Aber es betrifft letztendlich auch viele andere Dinge des alltäglichen Lebens. Und wisst ihr, wir sind im Neuen Testament von Christus berufen worden, Zeugen zu sein. Jesus sagt, als er auferstanden war von dem Toten zu den Jüngern, bleibt hier in Jerusalem und wartet, bis ihr erfüllt werdet mit der Kraft des Heiligen Geistes und ihr werdet meine Zeugen sein. Angefangen hier von Jerusalem über Judäa, Samaria bis an die Enden der Erde. Wir sollen Zeugen sein. Und dann ist es so wichtig, dass wir nicht als falsche Zeugen überführt werden, sondern dass wir wahrhaftige Zeugen sind. Und zwar nicht nur in dem, wie wir das Zeugnis des Evangeliums weitergeben, sondern wir bezeugen die Wahrheit des Evangeliums wodurch? Durch unser Leben. Dass dieser Christus uns, die wir tot waren in unseren Sünden zum Leben erweckt hat. Uns unsere Beziehung zu Gott wiederhergestellt hat und uns dazu geführt hat, dass wir uns bekehrt haben, dass wir umgekehrt sind, dass wir Buße getan haben. Das ist das Zeugnis, was am lautesten spricht. Ein verändertes Leben. Ein Leben, was Gott die Ehre gibt. Und dann natürlich auch das, was wir sagen. Das, was wir weitergeben. Das Zeugnis, dass wir es nicht verstecken, dass wir es nicht verheimlichen. Dass wir uns bekennen zu Jesus. Aber das ist erst der zweite Schritt. Wenn es nicht übereinstimmt mit dem, was Gott in unserem Leben gemacht hat, wenn die Kraft Gottes nicht in unserem Leben wirkt, dann ist alles Gerede davon Lüge am Ende. Weil es, wir labern fromm daher, aber unser Leben spricht eine andere Sprache. Und wer das sieht und hört, der denkt sich, ist ja toll, was der da so erzählt, aber da kannst du nichts drauf geben. Hier geht es darum, um diese typischen Dinge, wo 2. Mose 22, Vers 11 ist so ein Beispiel, wo zwei Parteien sozusagen in einer Sache uneins sind und der eine sozusagen so eine Art eidesstattlicher Erklärung abgibt und sagt, ich habe das Tier, was ich mir von dir geliehen habe und was jetzt tot ist, das ist durch einen Unfall gestorben, da kann ich nichts für. So und wenn jetzt aber ein Nachbar dabei war, wie dieser das geborgte Tier geschlacht, also zu Tode gebracht hat, bewusst, er ihn also weiß, dass er jetzt einen falschen Eid geleistet hat, dann trägt er selber Schuld, wenn er den Mund hält. Egal, ob es ein Freund ist oder nicht. Wir machen das ja oft, bei Freunden drückt man ein Auge zu, unter Freunden. Aber wir versündigen uns gegen Gott. Wir verfehlen das Ziel. Gott möchte nicht, dass wir die Wahrheit verdrehen, um des Vorteils willen, auch wenn es nicht um unseren eigenen Vorteil geht, sondern um den Vorteil unserer Freunde. Und am Ende ist es auch wieder unser Vorteil, weil wir wollen die Freundschaft erhalten und wir wollen gerne, dass derjenige uns wieder wohlgesonnen ist und uns lieb und nett findet weiterhin. Deswegen verbiegen wir die Wahrheit für den anderen am Ende doch um unseret Willen. Also hier steht es, er muss seine Schuld tragen und dieses Wort, was hier gesagt wird, die Schuld tragen, das ist ganz interessant, ist ein anderes Wort, was hier verwendet wird, das Wort Sünde ist die Zielverfehlung, das Wort Schuld, das spricht ja von etwas, was ich dann schuldig bin. Eine Verpflichtung, die ich dann habe, die auf mir liegt, ich muss diese Schuld tragen, sie lastet auf mir, es ist eine Last, die ich mit mir rumschleppe, eine Verpflichtung, die mir im Nacken hängt, ich muss noch was gerade biegen, ich muss noch was gerade rücken, da stimmt was nicht in meinem Leben, da ist was nicht in Ordnung gebracht, das Lastet auf mir, das ist dieser Begriff der Schuld, die ich tragen muss, die auf mir lastet. Wir kommen dann noch dazu, denn hier in diesem Zusammenhang ist nicht nur vom Sündopfer die Rede, sondern auch vom Schuldopfer. Es hat noch mal eine andere Dimension. Jetzt gehen wir weiter hier in Vers 2 oder wenn jemand irgendetwas Unreines anrührt, sei es das Aas eines unreinen wilden Tieres oder das Aas eines unreinen Viehs oder das Aas eines unreinen kriechenden Tieres, ist es ihm auch verborgen, dann ist er doch unrein und schuldig. Oder wenn er die Unreinheit eines Menschen anrührt, was seine Unreinheit auch sei, durch die er unrein wird und es ist ihm verborgen, erkennt er es, dann ist er schuldig. Erstmal ist es interessant, hier ist das erste Mal das Wort unrein benutzt. Dieses Wort spielt in diesem Buch jetzt hier noch eine riesengroße Rolle, ab Kapitel 11, da kommen wir noch hin. Deswegen gehen wir da jetzt nicht weiter drauf ein, auf dieses Thema Unreinheit. Aber wo wir schon mal sozusagen Schlaglicht drauf werfen, ist hier ist eine Sünde von einer Sünde die Rede, die ich sozusagen dadurch begehe, eine Zielverfehlung, indem ich etwas berühre, anfasse, in Verbindung mit etwas komme, was unrein ist. Und diese Unreinheit geht durch die Berührung auf mich über. So wie der Sünder das Tier, seine Hand auf den Kopf des Tieres, des fehlerlosen Tieres legt und dadurch seine Sünde sozusagen auf das Tier überträgt, so passiert es, dass wenn du das Unreine anfasst oder den Unreinen anfasst oder er dich anfasst, dass du unrein wirst, dass die Unreinheit auf dich übergeht. Das ist dann interessant, wenn wir ins Evangelium sehen, wie es bei Jesus war. Da ist nämlich dieses große Wunder geschehen, dass die Unreinheit nicht in dem Sinne auf Jesus übergegangen ist, dass er unrein geworden ist. Nein, er ist weiterhin rein und heilig und fehlerlos gewesen, als er den Aussätzigen anfasste, als die blutflüssige Frau ihn angerührt, sein Gewand angefasst hat. Er ist weiterhin der reine heilige fehlerlose Gottessohn gewesen, das Lamm Gottes ohne Fehler. Aber gleichzeitig ist eigentlich das passiert, was wie gesagt beim Opfer passiert. Sie haben ihre Hand auf ihn gelegt und ihre Unreinheit ist gewichen und er hat sie getragen ans Kreuz. Aber hier steht, wie gesagt, wenn diese Zielverfehlung passiert und interessant ist, ist es ihm auch verborgen, dann ist er doch unrein und schuldig. Diese Unreinheit hängt nicht davon ab, ob ich sie mitbekomme oder nicht. Ich kann mich auf eine Weise verunreinigen, ohne dass ich das mitbekomme. Krass. Und hier spielen natürlich Dinge eine Rolle, wenn du das aß, das ist ja, warum hat Gott das Volk Gottes davor gewarnt und hat gesagt, das aß, ein totes Tier, das ist unrein. Wir haben das unseren Kindern auch gesagt, wenn da eine tote Maus ist, die feste bitte nicht an. Warum? Weil da natürlich Krankheitserreger zu finden sind, eine Menge. Und Krankheitserreger funktionieren ja interessanterweise genau so. Wir haben es jetzt ja mit Corona rauf und runter. Du siehst es nicht, du hörst es nicht, du weißt es noch nicht mal, dass du ansteckend bist und trotzdem hat es dein Nachbar hinterher und ist positiv und muss zu Hause bleiben und wird vielleicht sogar schlimm krank. Du wusstest es nicht, aber es trotzdem aktiv, es wirkt. So ist es mit der Unreinheit. Selbst wenn du es nicht weißt, passiert ist und du wirst schuldig. Unwissend schuldig zu werden, das ist furchtbar. Ich wusste das doch gar nicht, ich wollte es doch gar nicht. Ich wusste es doch gar nicht. Aber du hast dich dennoch schuldig gemacht. Es ist dennoch eine Zielverfehlung. Es ist dennoch eine Last, die jetzt auf dir liegt. So viele Menschen begehen schwere Sünde und sind eigentlich im Sinne dieses Denkens, was wir so haben, sind sie eigentlich unschuldig, weil sie wollten es ja nicht. Der gute Wille zählt doch. Es war ein Unfall. Aber wenn ein Mensch einen anderen Menschen zu Tode bringt bei einem Unfall, dann ist dieser Mensch tot oder er hat eine schwere Verletzung, auch wenn er es nicht wollte, auch wenn es aus Versehen geschehen ist, auch wenn er es vielleicht gar nicht mitbekommen hat. Und hier wird dann gesagt, wenn er es erkennt, dann ist er schuldig und das zeigt die Dimension auf, die Sündenerkenntnis die hilft uns zu erkennen, dass wir schuldig sind und hilft uns dann diesen Weg zum Heiligtum zu gehen, um die Dinge vor Gott zu bringen und uns reinigen zu lassen vor Gott. Dann wird hier was weiteres angesprochen. Wenn jemand schwört, Vers 4, indem er unbesonnen mit den Lippen redet, Böses oder Gutes zu tun, nach allem, was ein Mensch mit einem Schwur unbesonnen reden mag und es ist ihm verborgen. Erkennt er es, dann ist er schuldig in einem von diesen. Es ist nicht so ganz klar, ja wahrscheinlich Gelübde, die gemacht werden, einfach so dahin gesagt werden, ja wenn Gott das und das tut, wenn du das und das tust, dann will ich das und das tun. Und wir vergessen so schnell, dass wir sowas gesagt haben. Und nach zwei Wochen stellen wir fest, Gott hat wirklich das, wonach ich mich so gesehnt habe, er hat mir das geschenkt, er hat mein getan habe, dass ich Gott ein Versprechen gegeben habe. Und ja, ich halte mich überhaupt nicht dran, an das Gelübde, was ich gegeben habe. Und Gott sagt, selbst wenn du es vergessen hast, du bist schuldig, du hast eine Verpflichtung, du bist diese Verpflichtung eingegangen und die liegt jetzt auf dir, die kannst du nicht einfach wegnehmen. Und es soll geschehen, wenn er in einem dieser Dinge schuldig wird, dann bekenne er, worin er gesündigt hat. So wichtig. Wenn wir unsere Sünde erkennen, dann sollen wir sie bekennen. Wo? Im Heiligtum, vor Gott. Vor Gott und ja, da sind vielleicht auch andere, da sind die Priester da. Für uns bedeutet das, wie Jakobus das sagt, bekennt einander die Sünden. Wir sind ja alle Priester. Bekennt einander die Sünden. Manchmal ist es so einfach in seinem stillen Kämmerlein zu sagen, ja Vater, bitte vergib mir, dass ich diesen Mist gebaut habe. Wenn ich dann einem Bruder das sage, ist es so viel peinlicher. Komischerweise. Weil der, der mir gegenüber sitzt, auch seinen Mist gebaut. Und so praktizieren wir das hier. Wenn wir hier zusammen sitzen und wir bekennen einander die Sünden, dann sagt der eine zum anderen, ja ich habe mich so versündet, ich habe das und das getan, ich habe das Ziel verfehlt. Und dann sagt der andere Bruder, der daneben sitzt, ja kenne ich, das kennt mir auch so. Das ist eigentlich total einfach, einem Bruder, einer Schwester die Sünde zu bekennen, weil wir doch auch alle Sünder sind, wir wissen doch wie es ist. Es ist eigentlich viel schwerer dem heiligen, gerechten, allmächtigen Gott, der so viel Gutes für mich getan hat, zu ihm zu kommen und zu gestehen, Vater, ich habe gesündigt vor dem Himmel und vor dir. Und wisst ihr, manchmal ist es so kraftlos, unsere Gebete um Vergebung der Sünden sind so kraftlos und bewirken irgendwie überhaupt nichts in uns, weil wir nicht wirklich echt unsere Sünde bekennen. Wir werden nicht inne in unserem Bekenntnis vor Gott, wer Gott ist und was er für uns getan hat. Und wir bekennen eigentlich gar nicht unsere Sünde vor Gott, sondern wir sagen, ah ja, Mist, war kacke, hätte ich nicht machen sollen. So, ne, und ja, vergib mir mal, Vater, bitte. So, und dann, es entsteht keine Kraft. Wisst ihr, was Jesus gesagt hat, wem viel vergeben ist, der liebt viel. Wenn du Vergebung erfährst, dann macht das was mit dir. Dann, dann, dann wird dein Herz wieder neu erfüllt mit der Liebe Gottes. Wisst ihr, und deswegen sagt Jakobus, bekennte einander die Sünden. Warum? Weil es uns hilft, uns zu demütigen, vor einem Bruder uns zu bekennen, zu unserer Sünde, zu unserer Schwachheit, zu unserem Versagen. Wir legen die Maske ab, legen, leben, gehen ins Licht mit unserem Bruder und wir kommen dann gemeinsam vor Gott und dann beten wir zusammen und dann kommen wir wirklich an diesen Punkt, wo die Vergebung richtig reinhaut bei mir. Also ich kann es für mich so sagen. Und dann bewirkt auch die Vergebung das, was sie eigentlich tun soll. Also Sünden erkennen und Sünden bekennen. Das ist etwas, was Gott seinem Volk hier gelehrt hat in diesen Opferrieden. Und er bringe dem Herrn sein Schuldopfer für seine Sünde, die er begangen hat. Ein weibliches Tier vom Kleinfieh, eine Schaf oder eine Ziege zum Sündopfer, so soll der Priester wegen seiner Sünde Sühnung für ihn erwirken. Und wenn seine Hand, und jetzt kommen wir wieder zu so einer Armenregelung, die armen Armen, die nicht genug Geld haben, um ein Schaf sich leisten zu können oder eine Ziege. Dann sagt er, wenn sie das nicht ausreichend bringen kann, so bringe er für das, worin er gesündigt hat, dem Herrn sein Schuldopfer, zwei Turteltauben oder zwei junge Tauben, eine zum Sündopfer und eine zum Brandopfer. Wie gesagt, Gott berechnet nicht nach der Größe der Schuld, nach der Größe der Zielverfehlung, sondern nach dem, was der Einzelne hier aufbringen kann. Und der Arme bringt ein kleines Opfer, weil er nicht mehr bringen kann. Aber es reicht, auch da ist Blut drin in diesem Opfer und das Blut wird vergossen. Und dann sehen wir in Vers 10 und die andere, also es sind zwei Tauben, die eine wird geopfert, das Blut wird geopfert, die andere soll er als Brandopfer Opfern nach der Vorschrift. So erwirke der Priester Sühnung für ihn wegen seiner Sünde, die er begangen hat und es wird ihm vergeben werden. Also das heißt, bei diesen beiden Tauben wird nochmal das Brandopfer in Erinnerung gerufen, das Ganzopfer. Und das Wunderbare ist hier, es wird ihm vergeben werden. Das Wort vergeben bedeutet wegnehmen, wegtragen, diese Last der Schuld, der Verpflichtung, sie wird weggenommen. Es gibt keine Verpflichtung mehr. Du bist nicht mehr, wenn Gott dir vergeben hat, bist du nicht mehr in der Verpflichtung Gott gegenüber. Du bist frei, frei von Schuld. Du bist gereinigt, da ist nichts mehr. Wisst ihr, manchmal laufen wir mit alter Schuld rum und fühlen uns immer noch in der Verpflichtung, weil wir empfinden, da habe ich so sehr gesündigt und ich muss es irgendwie wieder gut machen. Und wir vertrauen nicht der Vergebungsbotschaft Gottes. Er sagt, deine Sünden sind dir vergeben, sie sind weggenommen. Ich habe sie auf mich genommen, ich habe sie getragen, sagt Christus. Er sagt, kommt her zu mir, alle ihr mühseligen und beladenen. Ich will euch Ruhe geben, ich will euch den Frieden geben. Ihr sollt Vergebung erfahren. Wenn aber seine Hand zwei Turteltauben oder zwei junge Tauben nicht aufbringen kann, da gibt es Leute, die sind noch ärmer, die haben noch nicht mal die Möglichkeit eine Taube zu bringen oder zwei Tauben zu bringen. Dann bringe er der gesündigt hat als seine Opfergabe ein Zehntel Eva Weizen Kries zum Sündopfer. Das ist aber merkwürdig. Aus dem Hebräerbrief weiß ich doch, ohne Blutvergießen gibt es keine Vergebung der Sünden. Jetzt wird hier aber ein Speisopfer dargebracht als Sündopfer. Wie kann das sein? Ja, so ungefähr. und hier steht, er bringt diesen Weizen Grieß da, er soll aber kein Öl darauf tun und keinen Weihrauch drauf. Es ist also kein Speiseopfer. Kein Öl, kein Weihrauch drauf. Denn ein Sündopfer ist es. Und er soll zum Priester bringen und der Priester nehme davon seine Hand voll die Aschara davon und lasse es auf dem Altar in Rauch aufgehen auf den Feueropfern des Herrn. Ein Sündopfer ist es. So erwirke der Priester Sühnung für ihn wegen seiner Sünde, die er begangen hat, in einem von diesen Dingen und es wird ihm vergeben werden. Das Sündopfer soll dem Priester gehören, wie das Speisopfer. das Weizen grießt, das bekommt der Priester tatsächlich, nur sozusagen die obere Schicht wird abgehoben und ins Feuer geworfen. Ich wie gesagt erst überhaupt nicht verstanden. Dann habe ich gedacht, wir feiern jede Woche dieses Abendmahl und ja, da ist das Blut Christi, das geflossen ist zur Vergebung unserer Sünden, aber wir haben auch das Brot, der Leib, der zerbrochen wurde, für uns und wenn der Arme noch nicht mal ein Tier aufbringen kann, weil Tiere teuer sind, Tiere sind wertvoll, und jemand, der ganz arm ist, der konnte sich keine Tiere leisten zum Essen. Er hat sich vegetarisch ernährt und dann hat er eben nur das bisschen Weizengrieß. Aber es ist ein Symbol für das Blut, den Leib unseres Herrn Jesus. Dann geht es hier weiter mit dem Schuldopfer und der Herr redete zu Mose, wenn jemand Untreue begeht und aus Versehen an den heiligen Dingen des Herrn sündigt, dann soll er dem Herrn seinen Schuldopfer bringen, einen Witter ohne Fehler vom Kleinfieh nach deiner Schätzung an Schäkeln Silber nach dem Schäkel des Heiligtums zum Schuldopfer. Und worin er an dem Heiligen gesündigt hat, soll er erstatten und ein Fünftel davon noch hinzufügen und es dem Priester geben. Und der Priester soll Sündung für ihn erwirken mit dem Widder des Schuldopfers und es wird ihm vergeben werden. Was hier mit dem Sündigen an den heiligen Dingen gemeint ist, ist ein bisschen schwierig. Es geht hier bei dem Schuldopfer tatsächlich um ein Erstattungsopfer. Und Erstattung, das kennen wir aus den Gesetzen, die wir vorgelesen haben im zweiten Buch Mose. Wenn etwas, eine Schädigung durchgeführt wurde, da hat Gott das sehr genau geregelt, dass Erstattung geleistet werden soll. Wer geschädigt wurde, der soll Erstattung erhalten von dem Schaden, der an ihm verübt wurde. Hier wird uns aber deutlich gemacht, dass nicht nur ein Schaden gegenüber einem Menschen entstehen kann, sondern auch gegenüber Gott. Ich kann Gott etwas schuldig sein. Dadurch, dass ich seine Heiligkeit antaste, und dann wird hier gesagt, du musst etwas bringen, das einen bestimmten Wert hat und dann noch ein Fünftel drauf. Es geht hier tatsächlich um Geld, was gebracht wird. Eine Verpflichtung. Es muss eine Strafe abgeleistet werden. Und hier sehen wir beides. Das eine ist das Opfer, was wieder deutlich macht, es geht um Sühnung und Vergebung, das Sünde, den Tod bedeutet. Auf der anderen Seite geht es tatsächlich auch um einen bestimmten Wert, der hier abgeleistet wird. Wir gehen mal weiter in Vers 17. Wenn jemand sündigt und irgendetwas von all dem tut, was der Herr zu tun verboten hat, hat er es auch nicht erkannt, dann ist er doch schuldig und soll seine Schuld tragen. Das Prinzip hatten wir schon. Er soll nach deiner Schätzung einen Widder ohne Fehler vom kleinen Vieh zum Priester bringen für das Schuldopfer. Und der Priester soll für ihn Sühnung erwirken wegen seines Versehens, das er begangen hat, ohne es zu erkennen und es wird ihm vergeben werden. Ein Schuldopfer ist es, er ist auf jeden Fall am Herrn schuldig geworden. Und das ist jetzt interessant. Diese Sünden, die begehen, die sind teilweise Sünden, die wir begehen aneinander unter den Menschen. Aber was das Prinzip hier, das Wichtige in dem Prinzip hier ist, wenn du dich schuldig machst gegenüber deinem Nächsten, du machst dich schuldig auch an Gott. Auf jeden Fall machst du dich auch schuldig an Gott. Und bist Gott etwas schuldig. Vers 20 Und der Herr redete zu Mose, wenn jemand sündigt und untreue gegen den Herrn begeht, dass er seinem Nächsten ein anvertrautes Gut ableugnet oder ein Darlehen oder etwas Geraubtes oder er hat von seinem Nächsten etwas erpresst oder er hat Verlorenes gefunden und leugnet es ab und er schwört falsch oder irgendwas von allem was ein Mensch tun mag sich darin zu versündigen Manche haben diese ganzen Stellen dahingehend ausgelegt dass sie gesagt haben ja aus versehen bedeutet nicht willentlich nicht vorsätzlich das was hier aufgezählt ist ist sehr vorsätzlich was hier beschrieben wird dann soll es geschehen wenn er gesündigt hat und schuldig geworden ist dass er zurück erstattet das geraubte das er geraubt oder das er presste das er er presst hat oder das anvertraute das ihm anvertraut worden ist oder das verlorene das er gefunden hat oder etwas von all dem worüber er falsch geschworen hat und er soll es erstatten nach seiner vollen Summe und ein Fünftel davon noch hinzufügen Wem es gehört dem soll er es geben Schuldopfer dargebracht werden das alleine reicht nicht das untereinander zu klären okay ich habe dich abgezockt ich gebe es dir wieder ich packe auch noch ein Fünftel obendrauf weil ich dich so verletzt habe das reicht nicht du hast dich auch gegenüber Gott verschuldet du hast dich auch an Gott schuldig gemacht du musst auch vor Gott kommen und das Schuldopfer darbringen ein Widder ohne Fehler vom Kleinfieh nach deiner Schätzung als Schuldopfer zum Priester und der Priester soll Sühnung erwirken vor dem Herrn und es wird ihm vergeben werden wegen irgendetwas von allem was er getan hat daran schuldig zu werden ich möchte euch jetzt nur noch zwei kurze Stellen im Neuen Testament zeigen wo uns vor Augen geführt wird dass wir tatsächlich auch Gott etwas schuldig sind und zwar nicht schuldig in dem Sinne dass wir jetzt eine Last mit uns herum tragen weil wir uns versündigt haben oder weil wir das Ziel verfehlt haben sondern etwas was sozusagen als Verpflichtung uns von Gott gegeben ist sozusagen als in Anführungsstrichen Wiedergutmachung wir können das was wir wo wir uns versündigt haben nicht wieder gut machen Christus hat das alles getragen aber im Neuen Testament wird uns an verschiedenen Stellen tatsächlich etwas gesagt wo wir dran arbeiten müssen was wir zulassen müssen wie hier bei diesem Opfer müssen wir es zulassen dass Gott uns sagt hey pass mal auf dir ist vergeben frei es gibt keine du bist befreit von aller Schuld ich habe es getragen aber es gibt etwas was wie eine Verpflichtung auf dir liegt lass uns das mal lesen 1. Johannes 1 1. Johannes 3 1. Johannes 3 Vers 16 3 Vers 16 ist ja mal gut 1. 3 Vers 16 1. Johannes 3 Vers 16 1. Johannesbrief da sagt Johannes hieran haben wir die Liebe erkannt dass er für uns sein Leben hingegeben hat auch wir sind schuldig für die Brüder das Leben hinzugeben das ist die Konsequenz wenn Gott mich liebt und seine Liebe darin gezeigt hat dass Christus sein Leben für mich gegeben hat ungerechtfertigterweise nicht berechnend aus Gnade als Angebot aber für alle die dieses Angebot die diese Liebe angenommen haben diese Vergebung diese Gnade geschmeckt haben die erfüllt wurden von dieser Liebe die sind schuldig im Sinne von das ist logisch die logische Folge dass diese Liebe die dein Herz erfüllt auch herausfließt aus deinem Herzen und diese Liebe ist nicht nur ein Gefühl sondern die zeigt sich in aktivem Handeln vielleicht sogar gegen alles Gefühl wenn es nach einem Gefühl gegangen wäre wäre Jesus nicht ans Kreuz gegangen er hat gesagt Vater lass diesen Kelch an mir vorüber gehen er wollte das nicht er hat nicht gedacht ja schön ich gehe ans Kreuz das macht Spaß da habe ich Freude dran nein es war schwer es war hart es war furchtbar und doch hat er sich entschieden um der Liebe willen die nicht Gefühl ist sondern die Liebe die Agape ist ich möchte nicht dass sie verloren gehen ich möchte dass mein Vater dass der Wille meines Vaters erfüllt wird ich will sein Sohn sein das tun wozu er mich bestimmt hat und ich will mein Leben geben für sie und wenn wir diese Liebe wirklich verstanden begriffen erkannt haben dann sollen sie uns so erfüllen dass sie uns auch dazu treibt diese Entscheidungen immer wieder zu treffen ja um der Liebe willen mit der Christus mich geliebt hat will ich auch hier meinen Bruder lieben meine Schwester lieben und sie segnen und Johannes macht es ganz praktisch wer aber irdischen Besitz hat und sieht seinen Bruder Mangelleiden und verschließt sein Herz vor ihm wie bleibt die Liebe Gottes in ihm deswegen das ist mit dieser Verpflichtung gemeint es ist die logische Folge die Liebe hat dein Herz erfüllt wenn du sie jetzt aber nicht anwendest dann es ist wie mit dem Wasser wenn das Wasser fließt dann ist es frisch und bleibt frisch und rein wenn es aber in einem Tümpel stehen bleibt dann ist es irgendwann abgestanden und wird eklig es verliert seine Kraft es ist nicht mehr das was es war als es hineingeflossen ist reines klares Wasser es muss weiter fließen und das ist genauso oder spezieller sagt Jesus das auch im Hinblick auf die Vergebung da will ich mit schließen er sagt immer so wie Christus dir vergeben hat so sollst du auch vergeben vergib wie dir selbst vergeben worden ist ja er sagt sogar er lehrt es uns zu beten Vater vergib mir meine Sünde so wie ich auch anderen vergebe wir wollen Thomas wir können nachher noch mal diskutieren nein nein wir wollen nachher diskutieren wir wollen das Abendmahl zusammen feiern in Erinnerung daran dass Jesus sein Blut vergossen hat und sein Leib hingegeben hat um uns Vergebung der Sünden zu bringen um uns zu reinigen um uns alle Sünden Last und Schuld abzunehmen sie wegzunehmen um uns neu füllen zu lassen von dieser Liebe ja und wenn wenn da irgendwas ist was du bekennen musst vor ihm dann bekenne das so dass dich die Liebe Gottes wieder neu erfüllt und du viel liebst wie du viel geliebt worden bist lass uns das Abendmahl so nehmen Amen Amen Vielen Dank.